Ausstoß, Ausstoß wird gepinnt, jetzt kommt hier der Konter, hier kommt der Quanser und dann wechseln zur Popal-Doppelhandfläche. Noch einmal, Abwehr, Abwehr, Schlag. Okay, noch einmal langsam, Ausstoß wird abgewehrt, der zweite wird gepinnt, jetzt ist er hier offen und hier kann er sich nur retten indem er seinen Körper dreht, hier quasi langsam, hier quasi den Quanser macht, also hier ein Bong, hier ein Tarnsau und bevor ich jetzt hier etwas mache, dreht er seinen Körper zurück und mit den Handflächen kann er sich da und da zurückstoßen.